Hallo Leute, ich bin's wieder, eure Jackie. Ich freue mich total, dass ihr heute dabei seid, denn es geht in meine Winterwunderweihnachtshexenküche und wir backen zusammen die leckersten Schokoplätzchen, die... Hallo. Ja, ich nehm grad ein Video auf, aber alles gut. Genau, am 25. um... Okay. Achso, okay. Das heißt, du kommst auch gar nicht in die Stadt an einem Tag? Ach, ganz Weihnachten bist du gar nicht da. Okay. Nee, also ich bin überhaupt nicht sauer. Ich hab mich natürlich gefreut, dich zu sehen. Ja, kann man nicht ändern. Ja, genau. Okay. Dann wünsche ich erst mal frohe Weihnachten, ne? Ja, bis dann. Okay. Ja? Warum lachst du so? Nee. Ach, wie gemein bist du denn? Das war... Das war ein Witz. Okay. Also, du kommst. Ja, natürlich freue ich mich auch auf dich. Ja, immer noch. Wie gemein. Oh, du hast mir grad so einen Schreck eingejagt. Ja, natürlich, du bist mein Weihnachtshighlight. Oh Gott. Okay. Ja, aber jetzt musst du eine extra Ladung Kekse mitbringen, okay? Gut. Ich freue mich total. Wir sehen uns dann. Gut. Tschüss. Tschüss. Na dann, frohe Weihnachten.